Also ich war heute das erste Mal bei Hypnose und habe ein Gefühl entwickelt, das ich eigentlich noch nie gekannt habe. Ich bin noch nie so tief in mein Unterbewusstsein gekommen. Ich habe mich, glaube ich, noch gar nicht so entspannt gefühlt. Ich bin noch irgendwie ein bisschen benommen von der ganzen Situation. Ich muss das, glaube ich, erst verarbeiten, welches Gefühl es ist, mal frei zu atmen ohne Druck. Und irgendwie fühle ich mich wohl. Ich habe das Gefühl, so eine Leichtigkeit ist um mich herum. Und ich wünsche und hoffe, dass ich das in den Alltag jetzt mitnehmen kann und mich das wunderbare Gefühl begleitet für die kommende Zeit einfach. Danke.